Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen kurzen Folge von Bless Unleashed, nochmal ein kurzes Update, ganz merkwürdig, also ich sitze hier am 11.02.2020 abends am PC, Dauntless hat ein Update und ich dachte mir, okay, ich wollte eh wieder was zu Bless bringen, machst du kurz was zu Bless, ein bisschen Infovideo und so weiter und so fort, gehe auf ihre Seite, News und dann steht da plötzlich Bless Pass, der Bless Pass wird veröffentlicht, ich denke so, Bless Pass wird veröffentlicht, wie wäre es mit einem Release und so weiter, auf jeden Fall nur, dass ihr Bescheid wisst, der Bless Pass kommt am 13.03.2020, jetzt habe ich es ein bisschen falsch rum angefangen, also ich wollte eigentlich so rum anfangen, machen wir zuerst mal das Video, dann meine Einschätzung, was ist los, warum wollte ich das Video überhaupt machen, ich wollte es ja gar nicht wegen diesem Bless Pass machen und zwar wollte ich es deshalb machen, weil neue Sachen angekündigt wurden und zum einen, und das wäre schon der Hinweis gewesen, gibt es jetzt ein Development Roadmap, also eine Bless Unleashed Roadmap, die im Mai 2020 beginnt, also im Mai 2020 sollen schon Veränderungen ins Spiel kommen, das Spiel ist noch gar nicht veröffentlicht, ja, und zwar sollen im Mai 2020 ein neuer Blessing Skill kommen, neue Union Rewards, also neue Belohnungen bei Verkäufern von den Einheitensystemen da, Arena und Battlefield Update soll es geben, also ein bisschen Balanceänderungen, ich lese das jetzt einfach mal so vor und dann gleich sage ich noch was dazu, dann neuer Elite Dungeon und vieles mehr, dann im Juli 2020 neue Quests in Zeitlosen Dschungel und Senkala, ein Sommer Event soll kommen im Juli, neuer Elite Dungeon, ein Gildensystem Update soll reinkommen, was ich richtig geil finde, aber auch da gleich mehr dazu und mehr, so und dann September 2020, neue Union Quests, neue Elite Leia, Arena und Battlefield Update mal wieder, neue Quests, neue Blessings, neues Crafting System, ah, okay, alles klar, habe ich noch gar nicht gelesen, ja, und vieles mehr, ja, und warum, ja, jetzt meine Einschätzung dazu, ich habe ein bisschen Sorge, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß, die ist vielleicht, vielleicht ist sie unbegründet, aber wir haben bei der Open Beta, haben wir noch eine veraltete, angeblich veraltete Version gesehen, dann haut der Publisher die ganze Zeit kein Release Datum raus, sagt jetzt, ja, ja, jetzt kommt plötzlich eine Roadmap, eine Roadmap mit einem Gildensystem, das ich total feiere, aber warum ist das nicht von Anfang an drin, muss ich das verstehen? Ist nicht von, geht denen, also ich will das jetzt nicht zu krass sagen, aber geht denen vielleicht das Geld aus, brauchen sie die Ersten, die den Blesspass kaufen, keine Ahnung, klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen negativ, aber das waren so meine ersten Gedanken, ich fand es auf der einen Seite richtig geil, dass eine Roadmap da ist, aber so manches, was hier auf der Roadmap draufsteht, so von wegen Arena und Battlefield Updates, ja, jetzt kümmern wir uns mal um die Balance, Fragezeichen, genau wie Gildensystem, kommt dann erst im Juli rein, Fragezeichen, neues Crafting System im September, dickes Fragezeichen, hä? Also schon sehr merkwürdig, oder? Die Sachen finde ich alle irgendwie Schrott, also ich finde cool, dass sie reinkommen, aber ich finde nicht cool den Zeitpunkt, ich wollte eigentlich euch genau das nur sagen, wollte sagen, ey, es gibt eine Roadmap, sie haben verschiedenste Sachen angekündigt, manche Sachen da drauf hatte ich irgendwie überlesen, war da eigentlich noch positiver gestimmt, dann habe ich gesehen auf denen ihrer Seite, okay, das Gildensystem, das da eingeführt wird, finde ich mega geil, von wegen, dass die Gilde gewisse Erfahrungspunkte bekommen kann für Erfolge, die sie macht, das ist zum Beispiel, hier, jetzt muss ich gerade nochmal ablesen, für abgeschlossene Dungeons und Fieldbosse gibt es gewisse Rewards für die Gilde, also können wir gucken, dass wir direkt relativ am Anfang eine Gilde gründen und da ein bisschen ballern und so und das ein bisschen hochzocken, ist richtig geil, ja, haben wir ja noch ein, zwei Monate Zeit, bis es überhaupt funktioniert oder sogar drei Monate oder sowas, ja, und dann, wie gesagt, und dann sehe ich plötzlich jetzt auf der Seite, okay, der Blesspass wird veröffentlicht und ich schwöre es euch, die Information ist jetzt 20 Minuten oder sowas draußen zum Zeitpunkt der Aufnahme und ich habe denen auch direkt geschrieben, ist das jetzt der Release-Datum? Gucke auf Twitter, haben genau die gleichen Leute das auch geschrieben, ist das jetzt Release-Datum? Keine Ahnung und da haben manche schon geschrieben, nein, es wird wahrscheinlich sogar vorher released und dann erst der Blesspass reinkommt, keine Ahnung, aber März, also 13. März 2020, also sprich jetzt ungefähr einem Monat, muss ungefähr der Release sein, wir können es ja gerne unter diesem Video nochmal kommentieren, wie der genaue Release ist, vielleicht haben es jetzt schon offizielle Leute geschrieben, aber ich finde die Ankündigungspolitik, sag mal, was ist da mit den Publishern los? Kündigen die jetzt immer rückwärts an oder jetzt auch bei Don't List, wir kündigen ja einfach nur gar nichts an, plötzlich habt ihr den riesen Inhalt, aber vorher sind die ganzen Spieler abgesprungen und so ein Scheiß, also das muss doch keiner mehr verstehen, oder? Irgendwie ganz merkwürdige Ankündigungspolitik mit einer Roadmap anzufangen, bevor ich überhaupt ein Spiel veröffentliche, keine Ahnung, weiß ich nicht, also irgendwie schon cool, aber dann mit so, ich will es jetzt nicht so negativ machen, das Video, aber dann mit Sachen, die ich eigentlich vom Start weg erwarte, dass das Crafting-System so ist, wie sich der Publisher sich das wünscht, oder der Entwickler, und genauso auch das PvP-System, also ich kann es verstehen, dass manches auch gepatcht wird, gar keine Frage, aber irgendwie finde ich es merkwürdig, es hat bei mir so einen Fadenbeigeschmack, vielleicht bin ich da der Einzige, der da so drauf ist, keine Ahnung, ja, da wird auch der Preis genannt, schaut einfach mal, hier wird irgendwas genannt, der Premium-Preis hier, muss ich gerade gucken, Blast Pass will available in the Microsoft Store, also für 14,99 Dollar, ja, und das, also jetzt muss ich gerade selbst gucken, ich glaube, es gibt sogar zwei Pässe irgendwie, einmal einen normalen und einen etwas stärkeren, oder es ist sogar der stärkere hier, und da kriegt man mehr Gold, mehr Star Seed und exklusives Mount und Kostüm und so, sieht man auch ein Bild, ich gucke mal, ob ich da so ein Bild dann reinschneiden kann ins Video, ja, da wisst ihr ungefähr Bescheid, The Bunnisher, ja, so ein Hase, ja, und in Blue Buffalo Mount kommt so rein, ich denke, dass ich das Bild jetzt so in den Hintergrund schneide, dass ihr das seht, ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, Make sure to join us in Blast Unleashed on March 13 and start earning rewards with Blast Unleashed Season Pass 1, ja, und das steht hier ganz eindeutig so, die Frage ist nur, wird es wirklich vorher veröffentlicht, oder ist das denier Art, das Spiel zu veröffentlichen so, hey, wir haben hier ein Season Pass und jetzt freut euch alle, weil das ist auch der Release, also ist irgendwie merkwürdig, keine Ahnung, ich finde es komisch, freue mich aber trotzdem, dass das Spiel jetzt startet, also es soll nicht zu krass klingen, der Preis ist eigentlich auch fair, kann man sagen, ist gerade so an der Grenze, sage ich mal, muss man mal gucken, man kann das Spiel auch Free-to-Play spielen, hier hat man dann gewisse Vorteile noch und halt so ein Mount und so ein Kram, muss man alles mal gucken, wie sich das aufs Spiel auswirkt, ich denke mal, die ersten Monate werde ich mir auf jeden Fall mal holen und dann mal gucken, wie sich so das Spiel entwickelt, was sie wirklich so drin haben und so, was sie wirklich, ob diese Open-Beta-Version tatsächlich veraltet war oder ob sie sagen, so, hups, ach nee, wir machen jetzt doch die veraltete Version, weil die neue funktioniert noch nicht so ganz und so, ja, also, dass vielleicht irgend sowas kommt, mal abwarten, ich bin echt mal gespannt, freue mich aber generell aufs Spiel, hat schon richtig coole Ansätze gezeigt, auch mit dem Gildensystem, wie sie es hier schreiben, sind meines Erachtens direkt schon so auf der richtigen Spur, wie so ein Spiel funktionieren kann, wie es auch motiviert, dann halt zusammen zu spielen und so ein Kram, finde ich ganz cool, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr so davon haltet, ob ich irgendwas vielleicht falsch verstanden habe, ob vielleicht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Videos, weil das kommt ungefähr einen Tag später, denke ich mal, weiß ich aber allerdings noch nicht genau, was ihr so davon haltet, was da so los ist, wie eure Meinung dazu ist, ich bin auf jeden Fall eigentlich gehypt, aber auch mit so ein bisschen Bauchschmerzen, gucken wir es uns mal an, ich freue mich auf jeden Fall aufs Game, ich freue mich mit euch zu zocken und wünsche euch einen schönen Tag, haut rein, bis dann, ciao!